Moins in Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Repsplay. Neben mir ist meine Freundin Nicole und wir zocken Level 1 bis 3, also 1 Strich 3. 200 Punkte. Was ist denn das in der Mitte? Töpfe? Fließband mag ich nicht. Willst du nicht den Bär? Den haben wir ja freigespielt. Ich nehme mal den hier. Ich bin der Boy hier. Der nice Boy. Okay. Das sind aber viele Töpfe. Wo sind die Zutaten? Oh, die kommen wieder. Ich mache Tomatensuppe. Ja, ich habe Zwiebeln hier. Egal, schneid und leg irgendwo hin. Okay. Hab hier noch eine Zwiebel? Ja, schneid und leg irgendwo hin. Ja, ich mache die hier rein. Ach, machst du die in den Topf? Willst du eine Tomate haben? Ja, mach die in den Tomatentopf. Ich habe hier einen Zwiebeltopf. Ich habe hier noch einen Zwiebeltopf. Wir brauchen gar keine. Egal, Zwiebeltopf. Ja, aber die nächste Bestellung ist Pilze. Ach, guck mal, dann kommen Zwiebel. Crazy. Ich fange am Pilztopf an. Ich habe hier noch einen Tomatentopf. Ja, ja. Wo ist der Pilztopf? Da? Musst du es doch mal abgeben hier. Ja, perfekt. Immer oben die Teller ab, bitte. Ja. Hast du unten noch die Pilze da gerade auch? Ja, da muss ich aber noch einen Pilz rein. Mach das, mach das. Easy going. Wie, das war falsch. Nicht alles abgeben einfach. Ich habe nichts abgegeben. Ich wollte die Zwiebelsuppe abgeben. Aber da brennt was an. Ja, dann mach mal was. Bewege dich mal. Ah. Du stehst da. Wo? Bei der Tomatensuppe. Was ist denn jetzt alles am Abfackeln? Wo ist der Teller? Ja, ich bin am Spülen. Chill mal. Pilzsuppe muss abgegeben werden. Nicht die Zwiebeln, die Pilze. Ist doch auch eine Zwiebelsuppe, die abgegeben werden muss. Ja, aber die Pilze sind gleich weg. Ich habe keinen Teller. Ja, ich denke, du spülst gerade Teller. Oh, Alter, ey. Ich mache hier unten weiter. Das stresst mich hier. Warum Pilze? Hallo, schneid doch mal hier. Tomaten. So. Zwiebeln. Wir brauchen Pilze. Ich habe hier einen Pilz, aber bei mir kommen nur Tomaten. Wir brauchen aber Pilze. Ist fertig. Da steht da oben einen Topf. Ich gehe mal hier Teller spülen, hier das Nerv. Warum fucking Pilze? Das ist ein Pilz. Da hinten, es kommt auch noch ein Pilz. Haben wir den noch fertig? Moment. Das ist Hackbrett hier. Zwiebelsuppe kann man abgeben hier. Ich muss gleich, ja. Geh weg. Geh, geh weg. Du stehst im Weg. Sag nicht so gemeine Sachen zu mir. Nein, aber stellst mir den Topf auf Schneidebrett. Weiß ich nicht. Was soll denn das? Da ist gar kein Schneidebrett. Nein, ist abgelaufen. Egal, die zweiten Pilze schafft er. Pilze mache ich gerade hier. Ja. Aber ich bräuchte nur einen dritten Pilz. Ich habe hier noch eine Tomatensuppe, die weg kann. Hier ist noch ein Pilz. So. So, da muss auch noch eine Tomatensuppe. Die Tomatensuppe ist gerade am Arbeiten hier. Hast du die abgegeben? Pilzsuppe habe ich abgegeben. Okay, ich brauche die Tomatensuppe hier. Komm, wird fertig, schnell. Wieviel brauchen wir? Ach, du hast schon einen Teller. Ja. Hier, Zwiebelsuppe kann man auch abgeben. Ich habe keinen Teller, leider nicht. Ich habe auch. Da brennt ein Pilz an. Ja, das kann ich eh nichts mehr abgeben. Wieviel brauchen wir? 200. 200 nur? Easy peasy. Nee, oder? Ja, doch. First Try? Mega einfach. Guck mal. Nice. Wander 56. Yeah. Dschungelküche, Alter. Easy. Alter. Das ist ein Panda-Beer. Neuer Koch. Den will ich. Nein. Du kannst den Bär doch haben. Dann nehme ich den. Du willst immer die neuen haben. Du nimmst immer sonst die neuen. Dann nimm du den. Ich kann auch den Bär schicken. Wenn sich glücklich macht. Nimm du. Was machst du denn da? Ich guck mal, wie der aussieht. Die sind echt lustig aus, die Kerle. Ja. Ja, besser als die Frau. Die Frau. Die geht gar nicht. Okay. Raps. Mit Hähnchen. Oh, da werden Sachen geschossen. Aber wo sind die Sachen? Ich lege dir den Reiß dahin. Oh. Ach, in die Mitte. Fuck. Ne, da kommst du nicht hin. Kommst doch dahin. Und Mäuse kommen auch. Oh, ne. Ich muss dir die Sachen geben und hacken. Wie gehen die denn nochmal kaputt? Auf Kreis? Oh, ich bin tot. Nicht in die Dinger laufen. Ja, es bringt nichts, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit hin und her laufe. Du musst schon was machen. Hier ist ein, äh. Es bringt nichts, wenn du mir das da hinlegst. Du musst doch schon einmal hier durchlaufen. In dem Ding. Ich hab Reiß hier mit einem Rap. Ja, das ist schön, dass du jetzt auf meiner Seite bist und hier alles abfackelst. So soll ich da mal irgendwas machen? Du marsch jetzt selber hier. Ich brauch Hähnchen und ich hab keine Pfanne. Dann lass doch immer im Kreis laufen einfach. Ich hol mir noch ein Rap. Wo gibt man das denn ab? Da hinten, ja. Okay. Ich lauf. Oh Mann, was soll denn das? Was denn? Ich hab jetzt ein Fleisch. Nur Fleisch und ein Rap. Da kommt ein Hähnchen drauf. Och Mann, oh. Was ist? Ich hab kein Hähnchen. Ich bin's doch gerade am Machen. Och Mann, dann klaust du das. Ich muss hier spülen. Ja. Hier ist ein Hähnchen fertig. Ja, dann brauch ich hier noch ein Raps. Ist das ein Teller hier? Und fucking Reiß. Hier, mach mal Reiß. Ja. Hier, mach noch ein Reiß. Komm ich nicht dran. Ja, ja. Hier. Ich hab Teller mit Rap. Ich seh das gar nicht, ob das fertig ist hier gleich. Hier, der Reiß ist fertig. Ja, dann lass ihn da stehen. Was willst du denn? Den Reiß? Ach, du willst den auf den Teller mit direkt drauf tun? Okay. Hier haben wir Reiß. Reiß muss ja überall drauf. Es gibt Reiß. Ja, Reiß muss eigentlich überall drauf. So. Ich hol dann immer direkt einen Teller, mach da so ein Dings drauf und nimm den dann mit. Ja. Fuck, wir brauchen Reiß. Ich geh mal schnell auf die andere Seite. Fuck, ich bin gestorben. Weißt du, was besser ist? Ah, nee. Ist eigentlich egal. Ja, ist egal. Ich wollt grad sagen, man kann ja dann einfach so hier hochgehen, den Reiß da reinstopfen und wieder runterlaufen, weißt du? Ja. Und dann kannst du das ja quasi tauschen. Das ist eine gute Idee. Wie viele Punkte brauchen wir? Weiß ich nicht mehr. Ich hab's vergessen. Genau. Jetzt hast du das auf die Seite gestellt. Ja, ich hab hier Reiß mit Fleisch. Genau. Und jetzt kann ich einfach hier hingehen und wieder ein neues drauf machen. Da oben der Reißband an. Ja. Das sind ja stehen. Das Fleisch ist auch fertig. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Moment. Ach, du hast ein Rep? Ja, ich geb dir das. Du musst jetzt da den Topf, der leer ist, den auf die Herdplatte stellen, rechts. Ja. Ich wollte nur grad den Teller spülen. Da kommt die Maus und klaut. Hast du Teller? Also, warte, ich hab grad einen gespült. Ancient, dann kann der Reiß drauf. Ähm, warte mal, warte mal. Ach, du bist hier Reiß am Kochen. Okay. Dann... Ich klau ja alles. Hätte ich den Teller eigentlich mitnehmen können, eben, gell? Stepp. Wie viele Punkte brauchen wir? Fuck, fuck, fuck. Wie viele Punkte brauchen wir? Ich sag nicht 200 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir kriegen nichts mehr fertig. Wenn ich einen Rap irgendwie jetzt schnell kriegen würde, dann... Ja, nee, in zwei Sekunden. Ich hab's nicht mehr. 120? Ich hab's nicht am Schirm grad. Wie viele brauchen wir? 160. Hm. Nett. Ein Dino. Okay, nochmal. 160. Aber so machen wir das. Ich will den Dino. Dann kannst du den Eisbären nehmen. Pass auf. Ich hol jetzt die Sachen aus der Truhe und leg das da in das untere Fach, weil dann brauch ich nicht außen rumlaufen, weißt du? Und du tust es dann einfach in die Töpfe und Pfannen sortieren. Weißt du, was ich meine? Guck, ich lauf jetzt, hol jetzt Reis. Okay, Reis geht jetzt am Anfang nicht. Warte, ich nehm jetzt Fleisch. So, dann nehm ich das. Welches untere Fach meinst du? Ich geh jetzt hier hin, mach's da rein. So, jetzt geh ich hin. Und Reis hier rein. Okay. Okay, mein Reis ist gestorben. Aber jetzt kannst du das quasi umsortieren, wenn du möchtest. Wie umsortieren? Ja, den auf die andere Herdplatte stellen, weil da komm ich ja nicht dran. Aber wir können auch mal das hier wegtun, warte, ich kann dir noch mehr Sachen bringen. Du bleibst einfach auf deiner Seite und ich bring dir Dinge. Du machst alles zusammen, flickst alles zusammen. Komm nicht dran. Hier. Ich leg Fleisch immer oben hin und Hähnchen immer unten. So, das hätte ich auch nicht. Ich bräuchte einen Wrap. Ja, Wraps lege ich auch unten hin. Jetzt hab ich das Fleisch in den Kochtopf getan, ey. Verdammt. Weißt du, ich hab doch hier Wrap. So, ich laufe einfach die ganze Zeit hin und her und lege die Sachen hin. Hast du noch Reis genug? Nee, ich bräuchte den Reis. Wo ist denn der andere Topf? Ach, da unten. Da ist Fleisch drin. Was soll ich damit? Ja, das meiste weg. Wie denn? In den Müllen? Ja. Ah. Hast du überhaupt schon was abgegeben? Ja, eins. Teller gespült werden. Ja, mach ich grad. Oh, die scheiß Feuerbälle. Ich glaube, es muss noch ein Teller gespült werden. Ich weiß nicht, was ich sagen kann. Ja. Reis hab ich hier. Ich bräuchte Fleisch. Was für Fleisch? Hähnchen und... Nee, anderes eigentlich. Ach, egal. Wir brauchen beides. Aber eher erstmal das andere, weil es läuft sonst ab. Und ab in die Pfanne damit. Hier. Okay. Und... Teller. Mann. Und die kacken Maus schon wieder. Aber die klauen den Rap scheißegal. Kannst du mir einen Rap geben? Ah, danke. Du musst mehr in die Pfannen tun und so. Ja, ich... Achtung. Oben ist kein Reis mehr drin. Mach da Reis rein. Ah, diese Feuerbälle nerven. Du lässt dir alles klauen. Alles, was ich hier da hinlege, lässt du dir klauen. Ich hab das jetzt nicht mitbekommen. Es tut mir leid. Ich glaub, wir müssen gleich mal tauschen. Warum? Ja, weil... Ich leg dir alles da hin, aber... Du lässt es jetzt entweder klauen oder machst du nicht in die Pfanne rein. Ich mach das doch die ganze Zeit. Ich hab doch alles hier in den Pfannen drin und in den Töptern, aber... Kommt ja nix. Hier kommt nix. Mach nix anderes außer dir Sachen da hinbringen. Ja, irgendwie doch. Das schaffen wir nicht. Nochmal. Du musst jetzt mal ein bisschen drauf achten. Ja. Dass du die Sachen... Was soll ich denn machen, wenn ich nix kriege? Ich kann ja auch gern selber laufen. Das ist ja alles kein Ding. Nee, das dauert viel länger. Ja. Du, bloß auf. Dann mach's. Oh, scheiße. Egal. Egal, ich kann's doch reinmachen. Aber wenn's doch in der Pfanne ist, dann klaut's mir doch keiner. Ja doch, die klauen denen mal die fertigen Sachen. Ja, aber doch nicht, wenn's brät. Hier, kannst du auf den Teller tun. Die Teller immer dahin legen, wo die... Oh, scheiße. Ich beleg die dann immer schon extra. Äh... Scheißmaus. Egal, die Summe töte den Clown. Scheiße. Weck die Maus. Ja, jetzt kommen hier auch die Dinger. Ich kann hier nix hinlegen. Doch, du kannst es doch auf die... in die Pfanne. Ja, ey. Wirklich gut. Reis, genau. Danke. Kannst du mir noch in Reis irgendwie? Reis ist doch oben in dem Ding. Ja, aber ich hätt gern noch einen, weil ich hab ja zweite. Ich hab keinen Platz, wo ich bis hinlegen kann. Achso, ja, dann ist egal. Kann den Feuerlöscher weg tun. Da lässt sich wieder was klauen. Ja, warum renne ich hier mit nem Teller durch die Gegend? Ja, warum renne ich hier mit nem Teller durch die Gegend? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Achso, da ist schon einer. Mann, 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 Mann. Achso. Reis ist da schon drin. Hier ist noch ein Reis. Da ist noch ein Tapas-Thing drauf. Immer Fleisch. Jetzt nimmt das Hähnchen. Eis. Auf den Teller muss noch das hier. Fleisch. Jetzt müssen wir hier schon einen Teller spülen. Ja. Das ist Mäuse. Jetzt brauchen wir denn normales Fleisch. Oder können wir hier besser noch? Oh, ab du dummes Sau, ey. Fuck. Nur diese Feuerbälle muss ich hier mal aufpassen. Oh, fuck. Fuck der Reis. Fuck, fuck. Alles klar. Weg, weg. Dummes Arschloch, ey. Ich brauche ein Reis. Scheiße. Scheiße. Ich kann nichts abgeben. Warum nicht? Weil ich ein Reis brauche. Da ist doch überall Reis. Da sind zwei Dinger fertig mit Reis. Ja, aber ich habe hier Fleisch und Rap. Ich kann das nicht teilen. Scheiße. Wie viel brauchen wir? 180 oder was? 160. Oh, das waren noch 14. Das ist schon ein bisschen kniffliger. Aber wir waren voll schnell da eigentlich. Ja, waren wir auch. Ich weiß auch nicht, was ich uns noch schneller machen soll. Ja, wenn es jetzt nicht klappt, dann tauschen wir immer. Ich habe eben, das brauchst du nicht tauschen. Da haben wir nichts zu tun. Klar. Nee. Ich mache hier nichts anderes, als die scheiß Mäuse zu boxen. Nee, die brauchst du nicht boxen. Ja sicher. Das klauen sie mir doch alles. Wir müssen den Ancient warten. Heißen bin top. Okay, boss. Glaubt ihr was? Wo ist der Reistopf? Da ist kein Reistopf mehr. Wir fahren da nicht auf hin. Da ist immer noch kein Reistopf. Ja, ich weiß nicht. Da steht der Reistopf. Ja, ich sehe das nicht. Wenn da der scheiß Balken davor ist. Kommt die Maus? Du hast mir das nicht zu sagen. Nicht wahr? Nee. Warum nicht? Nimm mal die Kraftdinger. Das ist doch ein Reistopf für deinen Topf. Ja. Außer wieder Fleisch. Eigentlich brauche ich im Moment Reis. Wenn du den Reis hast. Du bist am Machen. Vorstein fest. So, das. Geh dir gleich auf Reis zu bringen. Rap hast du an? Ja. Du musst die Teller da hin. Ich lege die Reps immer direkt auf die Teller drauf. Ja, ich sehe das aber nicht immer, wenn du das tust. Das ist ein bisschen... Ein bisschen... Scheiße, Topf. Oh, der Topf ist leer. Okay, ich hole Reis für den Topf. Okay. Dann hol ich... Und dann hier ist ein Rap. Danke. Ja, ich glaube wir haben es. Ich glaube auch. 160? Was wir geschafft haben, oder? Ja. Ah, okay. Ja, okay. Ich habe Scheiße gemacht. Egal. Es läuft nichts mehr ab. Das wird nicht sterben. Du hast sogar noch eins abgegeben, oder? Ja. Boah, das ist so ein richtig schweres Lette. Boah, das hat mich jetzt echt ein bisschen gestresst. Aber okay. Alter. Bisschen kniffleck, ne? Ich bin die ganze Zeit nur Kreis am drücken gewesen, weil ich habe immer die Sachen da hingelegt und so. Ja, ja, ist ja alles gut. Und da musste ich immer weglaufen von diesen blöden Feuerbällen. Ja. Und das Ding ist, du hast ja auf jeder Seite immer nur drei Plätze und eine Pfanne. Ja, ja. Richtig schwer, ey. Ging aber. Gut, Pamarillos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und stay Pam. Tschüss. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch drehte. Schick den Kommentar, denn das heilt und das spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsbrot.